Hi, willkommen zur vierten Ausgabe von meinem Australien-Tagebuch. Es gibt nicht so wirklich viel Neues aus der Arbeitswelt zu berichten, alles Business as usual, was für meine Verhältnisse natürlich sehr gut ist. Aber vor kurzem war ich in... Ich habe mich gefragt, was kann man im Winter machen? Ich meine, man verdient ja das ganze Geld und irgendwo muss das ja auch wieder ausgegeben werden. Und ich war mit meiner Frau in Rutherglen. Das ist ein kleiner Ort im Nordosten von Viktoria. Und man ist erstaunt, wenn man da hinkommt. Man sieht den Ort und denkt sich, ja Gott, das ist halt so ein kleines Örtchen, wie man das halt so kennt. Von Outback Australia, so ein kleiner 1200-Seelen-Ort. Na, das ist eigentlich schon groß. Aber wie gesagt, und in diesem Ort, da findet einmal im Jahr das berühmte Victorian Wine... Wie heißt das noch? Das berühmte, ich weiß nicht, wie es heißt. Rutherglen Winery Walkabout. Das ist ein Walkabout, das ist ein Aborigine-Ausdruck. Das ist, wenn es den Aborigine in den Füßen juckt, dann muss er mal wieder auf den Walkabout gehen. Das machen die dann einfach so, dann ziehen sie einfach los und wandern in ihrem Gebiet umher. Und dieser Walkabout, das ist halt eine Referenz dahin. Denn es geht halt also darum, dass 20 Warneries, 20 Winzereien, die nehmen an diesem Rutherglen Winefest teil. Und da zahlt man dann 25 Dollar. Und für diese 25 Dollar, da kriegt man dann so ein Glas am Schnürsenkel. Und da steht dann also auch drauf, das ist das blaue Band diesmal. Ich glaube, letztes Jahr hatten sie ein rotes Band, das man da also auch nicht bescheißt. Und dann ist dann da inklusive, dass man dann mit dem Bus umher gekarrt werden kann. Da haben wir uns natürlich überlegt, lohnt sich das? Wollen wir das wirklich machen? Und dann haben wir gesagt, ja klar, wir fahren da hin. Aber wir fahren nicht da mit dem Bus umher. Weil man kann sich vorstellen, morgens so um neun, wenn dann die ganzen Winzereien aufmachen. Und dann geht man da hin und dann nimmt man dann sein Glas und fragt dann, ach ja, ich hätte gerne etwas von dem Cabernet Sauvignon. Oder haben sie vielleicht noch was von dem Riesling oder von irgendeinem anderen leckeren Wein, den sie da haben. Und abends dann, weh, weh. Aber wenn man sich das dann vorstellt im Bus, ist es natürlich nicht so toll, wenn einem die Leute halbwegs in den Rücken reihen, wenn ich das mal so sagen darf. Und Feiern ist ja hier immer sehr extrem. Und vor allen Dingen, wenn es mit Alkos geht. Also es ist sagenhaft. Ich dachte immer, die Deutschen wären da so ein bisschen schlimm. Aber das ist kein Vergleich mit den Australien hier. Ich weiß auch nicht. Also wir, ich zähle mich inzwischen auch schon dazu. Wir sind also wirklich strenge Alkis hier. Was ich dazu noch sagen wollte, dieses Weinfest. Wie gesagt, das findet in Rather Glen statt. Und ja, da sind dann halt so allerlei alberne Aktivitäten angesagt. Da kommt natürlich wie zu jedem Fest halt so ein lokaler Radiosender hin. Der überträgt dann live von den Ereignissen. Und eines der Ereignisse ist dann eben, dass man dort Holzfässer rollt. Das heißt, da ist dann so eine Bahn abgesteckt. Und dann sind dann drei Leute, die stehen da nebenan mit einem leeren Holzfass, mit so einem richtigen Weinfass. Und müssen das dann in die Strecke runterkegeln. Und dann einige, die sind da echt patent. Also die haben es wirklich gut drauf. Ich will mal sehen, ob ich dafür irgendein Video finde. Da muss bestimmt irgendwo hier was auf YouTube sein. Oder vielleicht fragt, guckt ihr einfach selber mal nach Rather Glen. Wird geschrieben R-U-T-H-E-R-G-L-E-N. Rather Glen. Ja. Ach so, ja. Dann Weinstampfen gehört natürlich auch dazu. Ist ja ein Weinfest. Das heißt, es stehen da drei Wannen nebeneinander. Da werden dann die Trauben reingeschüttet. Und dann treten dann die ganzen Zuschauer da gegeneinander an. Und die Leute, die haben da auch überhaupt keine Hemmungen. Also das ist dann von, was weiß ich, von 15 bis 50. Die stehen da gnadenlos in dieser Wanne. Und stampfen da wie die Wilden um die Wette. Und dann nach zwei Minuten wird dann nachgemessen, wie viel Wein denn da zusammengekommen ist. Und wer gewonnen hat, ich weiß gar nicht, was die gewonnen haben. Ich glaube eine Flasche Wein natürlich oder was sonst. Keine Ahnung. Ist doch egal. Jedenfalls die Atmosphäre ist sehr entspannt. Da ist überhaupt nicht aggressiv oder irgend sowas. Naja, wenn man davon ein bisschen mitgekriegt hat, dann sagt man sich so. Jetzt lass uns mal losziehen. Lass uns mal die Wineries ausprobieren. Und wir haben natürlich auch zugeschlagen, ordentlich Wein mitgebracht. Aber naja, das so zum Weinfest. Ja, was kann man hier sonst so tun im Winter? Wie gesagt, das Klima hier ist also absolut toll im Winter. Natürlich ist es ein bisschen kalt. Aber wenn man als Norddeutscher hierherkommt, dann denkt man sich, oh, überhaupt kein Vergleich. Weil wenn ich an Hamburg zum Beispiel zurückdenke, Winter war da immer nass. Und Winter ging immer von Oktober bis April. Und dazwischen war das ein bisschen weniger nass und ein bisschen wärmer. Aber so richtig warm oder trocken war es nicht. Und hier ist der Winter relativ trocken. Das heißt also, bei anderen Worten, wenn es regnet, ist es natürlich klamm und so weiter. Aber wenn es nicht regnet, ist die Luft nicht so feucht und so klamm. Sondern es ist wirklich, man kann rausgehen. Und man hat nicht das Gefühl, dass man die Kälte bis in die Knochen durchzieht. Und vor allen Dingen, alles ist grün. Das ist natürlich auch toll. Und das haben wir also auch gesehen auf dem Weg zurück. Zwar ist es aus Eimern geschüttet, als wir wieder auf dem Weg zurück hier zu unserem Nachhause hier in Melbourne waren. Aber trotzdem, also wie gesagt, also grüne Landschaften. Teilweise dachten wir wirklich, wir wären in der Schweiz. Das ist wirklich wunderschön. Ich kann also nur empfehlen, wenn man also hierher kommen möchte, auf Reisen. Und dem deutschen Sommer will man ja nicht hinkommen. Man ist ja froh, wenn man den deutschen Sommer erleben kann. Aber es ist wirklich wahr. Es lohnt sich also auch im Winter hier zu kommen. Ich möchte sogar sagen, wenn man nach Viktoria kommt, ist es auf jeden Fall schöner, um diese Jahreszeit zu kommen, als wenn man im Februar, März kommt, weil dann alles trocken und verdorrt ist. Es ist die heißeste Zeit. Alle Leute verstecken sich in ihren Häusern und sitzen unter ihren Klimaanlagen und hoffen, dass es bald mal wieder kälter wird. Ja, das ist im Moment alles, was ich hier zu erzählen habe. Ich werde jetzt in Kürzern und Intervallen berichten, weil, wie gesagt, ich bin ja in Lohn und Brot. Mir geht es also gut. Und ich denke, ich werde auch weiterhin in Lohn und Brot bleiben. Wie viele Tage ich pro Woche arbeiten darf, stellt sich heraus, wie wir ja alle wissen. Wir haben ja überall die großen Wirtschaftsprobleme. Island ist pleite. Alle die restlichen Länder jammern rum. General Motors ist in Bach runtergegangen. Aber uns geht es hier relativ gut. Man weint zwar rum, aber 5,7% Arbeitslosigkeit ist kein Vergleich zu dem, was man in Deutschland kennt. Also dann kann ich nur sagen, bis demnächst.